Hallo meine Lieben, Stevie hier. Alter, ich hab lange Haare. Ähm, heute kommt wieder ein Livestream. Weil gestern hat mir so dolle Spaß gemacht. Das danke euch, dass ihr mich trotzdem noch nie aufgegeben habt, dass ihr gestern voll dabei wart. Ich muss wirklich sagen, es hat mega Spaß gemacht. Und Livestreams kommen wieder jeden Tag. Andere Frage ist, was hält ihr vom 24-Stunden-Stream? Also ich will mal eure Meinung wissen. Wollt ihr 24-Stunden-Stream haben? Oder sagt ihr, das Leben ist der Irre? Dann könnt ihr mir unten in den Kommentaren mal schreiben. Und ich bin so gehypt auf meinen ersten Vlog bei der Gamescom. Ich werde viele Leute treffen, viele von euch treffen. Wird mich mega, mega freuen, dass ihr auch da seid. Ja, dann sind wir heute im Livestream. 19.30 Uhr, 1945. Leider nur zwei Stündchen, weil ich morgen wieder um viel Uhr arbeiten muss. Aber da bin ich wieder dabei. Und von dem Merix, der guckt bestimmt ein Video an. Ich weiß das. Er weiß nicht, wie das Lied heißt. Kennt ihr das Lied? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Und den Rest müsst ihr unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, Kuss auf die Hand. Es ist heute Abend ein Livestream. Es wird mir freuen, dass ihr alle dabei seid. Wieder mitspielen können. Und zusammen unterhalten können. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.